Lian, der Ninja-Schüler und der Drache des Berges Eine spannende Kindergeschichte. Lian, ein kleiner, aber mutiger Ninja-Schüler, träumte davon, so stark und geschickt wie sein Meister Sensei zu werden. Jeden Morgen übten sie gemeinsam am Fuße des hohen Berges, schärften Lian seine Sinne und perfektionierten seine Kampftechniken. Eines Tages erzählte Sensei von einem bösen Drachen, der in den dunklen Höhlen des Berges hauste. Dieser Drache, so flüsterte Sensei geheimnisvoll, stahl Schätze, zerstörte Dörfer und verbreitete Angst und Schrecken unter den Menschen. Lian war sofort entschlossen, den Drachen zu besiegen und das Land zu retten. Mit seinem treuen Schwert an der Seite machte er sich auf den Weg in die gefährlichen Berge. Der Weg war lang und beschwerlich. Lian musste über glatte Felsen klettern, durch dichte Wälder kämpfen und sich vor wilden Tieren schützen. Doch Lian ließ sich nicht entmutigen. Er dachte an all die Menschen, die unter der Tyrannei des Drachen litten und schöpfte daraus neue Kraft. Als Lian endlich die Höhle des Drachen erreichte, war er überwältigt von dessen Größe und Macht. Der Drache war so groß wie ein Haus und seine Schuppen schimmerten in einem unheimlichen Grün. Aus seinen Nasenlöchern stieß er feurige Atemstöße, die die Wände der Höhle zum Glühen brachten. Lian blieb einen Moment stehen, um sich zu sammeln. Er erinnerte sich an die Worte seines Meisters. Angst ist der größte Feind eines Kriegers. Mit einem tiefen Atemzug zog Lian sein Schwert und stürzte sich in den Kampf. Der Kampf war lang und anstrengend. Lian wehrte die feurigen Atemstöße des Drachen ab, sprang über seine scharfen Krallen und führte schnelle, präzise Angriffe aus. Doch der Drache war stark und ließ nicht locker. In einem Moment der Unachtsamkeit gelang es dem Drachen, Lian mit seinem Schwanz zu schlagen. Lian wurde durch die Höhle geschleudert und landete hart auf einem Haufen Steine. Er fühlte einen starken Schmerz in seiner Schulter, aber er weigerte sich aufzugeben. Mit letzter Kraft rappelte er sich wieder auf und setzte den Kampf fort. In einem entscheidenden Moment gelang es Lian, den Drachen zu verwunden. Er stieß sein Schwert in eine der Schuppen des Drachens, wodurch dieser einen schmerzverzerrten Schrei ausstieß. Der Drache wütete wild um sich, doch Lian blieb ruhig und konzentriert. Mit einem letzten kräftigen Schlag traf er den Drachen in seinen empfindlichen Kopf. Der Drache stürzte zu Boden und bewegte sich nicht mehr. Lian hatte gewonnen. Er hatte den bösen Drachen besiegt und das Land befreit. Als er zurück in sein Dorf kam, wurde er als Held gefeiert. Die Menschen waren ihm zutiefst dankbar und errichteten ihm zu Ehren eine Statue. Lian war stolz auf seine Leistung, aber er wusste, dass sein Weg als Ninja noch lange nicht zu Ende war. Denn es gab immer wieder neue Herausforderungen zu meistern und Abenteuer zu erleben. Lian hatte sein Schicksal angenommen und war zum neuen Meister der Ninja-Schule geworden. Unter seiner Führung blühte die Schule auf. Junge Talente aus allen Ecken des Landes strömten herbei, um von Lian und seinen erfahrenen Schülern zu lernen. Die Schule war mehr als nur ein Ort zum Trainieren. Sie war ein Zuhause für alle, die nach Wissen und Gemeinschaft suchten. Während Lian und seine Schüler die Welt bereisten und Gutes taten, stießen sie auf ein dunkles Geheimnis, das sich tief in den Wurzeln ihrer Geschichte verbarg. Ein uralter Fluch drohte, die Welt ins Chaos zu stürzen. Lian erfuhr, dass sein eigener Sensei, der ihn so sehr bewundert hatte, einst ein Schüler eines dunklen Meisters gewesen war. Dieser Meister hatte einen Teil seiner dunklen Macht in Sensei hinterlassen und nun drohte diese Macht wieder erwacht. Lian musste sich entscheiden. Sollte er den dunklen Teil seines Meisters akzeptieren und selbst zu einem mächtigen, aber gefährlichen Krieger werden? Oder sollte er versuchen, die Dunkelheit zu besiegen und das Erbe seines Meisters zu retten? Um diese Entscheidung zu treffen, begab sich Lian auf eine gefährliche Reise in die Vergangenheit. Er suchte nach Hinweisen in alten Schriften und besuchte verlassene Tempel, die tief in den Bergen versteckt waren. Dort konfrontierte er sich mit den Geistern der Vergangenheit und musste sich nicht nur gegen physische Gefahren stellen, sondern auch gegen seine eigenen inneren Dämonen kämpfen. Die Reise war hart und fordernd, doch Lian ließ sich nicht entmutigen. Er wusste, dass die Zukunft seiner Schule und der Welt von seiner Entscheidung abhing. Am Ende seiner Reise gelang es Lian, die Dunkelheit in sich zu überwinden. Er erkannte, dass wahre Stärke nicht in Macht liegt, sondern in der Fähigkeit, Gutes zu tun und andere zu schützen. Mit diesem neuen Wissen kehrte er zu seiner Schule zurück und teilte seine Erkenntnisse mit seinen Schülern. Er hielt eine inspirierende Rede, in der er betonte, dass jeder Mensch das Potenzial hat, Großes zu leisten, solange er an sich selbst glaubt. Lian und seine Schüler beschlossen, eine neue Ära einzuleiten. Sie gründeten einen Rat der Meister, der die Zukunft der Schule sichern sollte. Dieser Rat bestand aus den besten Schülern Lians, die nun selbst zu Meistern geworden waren. Gemeinsam arbeiteten sie daran, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sie entwickelten neue Trainingsmethoden, um die Fähigkeiten ihrer Schüler zu verbessern und gründeten eine Akademie, in der auch Nichtkämpfer die Werte des Ninja-Weges lernen konnten. Lian wurde zu einer Legende. Sein Name wurde in Liedern besungen und seine Taten wurden von Generation zu Generation weitererzählt. Die Schule, die er gegründet hatte, wurde zu einem Symbol der Hoffnung und des Friedens. Und Lian? Er setzte seine Reise fort, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Möglichkeiten, Gutes zu tun. Ende Du findest diese Geschichte interessant? Dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch Klick oder ein Teilen des Videos.